Und ich sehe auch mit Begeisterung, Sie haben einen Harfenisten. Meistens ist es ja eine Dame in den Orchestern, oder? Ja, meistens. Sehr sensibel, die auch mit dem Alkoholismus bei den Blechbläser nicht zurande kommt. Ja, habe ich so erlebt an den Theatern, wo ich war. Weil die Blechbläser haben ja doch bei ländlichen Kapellen das Spielen gelernt, oder? Ist das nicht so? Sie waren, glaube ich, an großen Häusern. Welches Theater? Augsburg. Das war so. Da war auch teilweise, gingen die Kartenspielen weiter. Das gibt ja so Opern, da hat das Blech eine Stunde Pause. Ja. Gingen in die Kantine, paar Weizen im Kopf und sind nicht mehr zurückgekommen zum Finale. Und da zeigt sich ja die Qualität des Dirigenten, dann das Orchester so zusammenhalten, dass die fehlenden Musiker nicht auffallen, oder? Vermutlich, ja. Ich komme eben sehr aus der Praxis, naja. Ich mache das in so einer Probensituation, ja? Ja. Weil ich stelle fest, meine Welt ist mehr die Welt, die Proben. Ihr kennt das doch, oder? Ja? Proben kennt ihr? Üben? Oder könnt ihr schon alles? Ihr könnt ruhig laut sprechen. Ja? Und zwar, mein Traum ist immer, das sind immer diese, ähm, das muss ich aufpassen, dass die Kollegin von der Garderobe nicht sieht, dass ich die Jacke so weggebe. Mein Traum sind immer diese Stardirigenten, die schon mit dem Handtuch zur Probe kommen. Ja, das ist, weil zum einen schwitzt der Dirigent natürlich, weil er sich künstlerisch so verausgabt, aber natürlich auch, wer die ganze Nacht im Hotel Drogen schluckt, der kommt schon mal weiter, genau. Ja, und bei mir, mein, ich bin eigentlich der Typ für Regent, 90-jähriges Genie mit Rückenleiten, ja? Verstehen Sie, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich sehe auch die Musiker nicht mehr, aber ein Heben der Augenbraue löst eine solche Spannung zwischen mir und dem Orchester aus, dass sie sagen, Donnerwetter, ich wusste nicht, dass Mozart so gemalt hat. Hier müsste ich vorstellen, schauen jetzt diese Dollarbündel raus, ja? Ja, und eigentlich müsste ich, im Grunde müsste ich auch so ein Polohemd anhaben, oder? Das haben doch Dirigenten bei der Probe, ein Polohemd, das über die Hose hängt. Ja, so gut angezogen wie Sie sind die wenigsten Dirigenten. Ja, das ist ja dann für die Aufführung natürlich mit Frack und so. Und ich habe auch, das habe ich auch schon gelernt, es ist doch so, im Grunde, je professioneller der Dirigent, desto weniger hampelt er rum. So ist es, ja. Ja, die Regel ist doch, man muss das, was der Dirigent macht, hören im Orchester, sonst ist es vollkommen sinnlos, was der da vorne zappelt. Allerdings. Ja? Bitte. Danke. Danke. Also das ist, ich schlage nach rechts weg, dann kann ich auch nach unten schlagen. Rechts und oben. Eins, zwei. So. Eins, zwei. Nach unten ging er auch, aber rechts wäre korrekt. Das war eine kleine Schlaufe hier. Und die Situation ist, Sie hätten im Grunde das Stück schon perfekt mit dem Orchester vorbereitet, ja? Und dann kommt der 120.000 Dollar Dirigent aus Chicago, eine Stunde vor der Premiere, um diese entscheidenden künstlerischen Impulse zu geben, die nur ein 120.000 Dollar Dirigent aus Chicago geben kann. Okay? Hey, my pleasure to work with you. It is my first time here in Munich. Da sagt der Assistentin, Cologne, Maestro. Oh, Cologne. We do now the fifth dance of Brahms. Das sehen Sie auch, das sind die Spitzenorchester sozusagen. Es ist, ja, es ist kein Bohai nötig, ja? Es ist kein Bohai und Hü und Entschuldigung und ich hab den Wagen dann nochmal abgezahlt und so, Ruhe bitte, sondern eine Geste des Meisters und das Orchester erhebt die Instrumente. Ich schlage rechts weg, alte Schule. Toll, hören sofort auf. Ja, das... Hören sofort auf. Haben aber auch nicht sofort angefangen. Was war falsch? Ein bisschen mehr Impuls. Ein bisschen mehr Impuls. Das ist aber... Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 90. Verstehst du? Ihr spielt ja praktisch auf Augenzwinkern, ja? Ja, ich mach jetzt mal hier also sozusagen, was jetzt auf dem Landgut ankommen würde, ja? Stopp! Aus! Stopp! Das ist ja nur jetzt für die Landbevölkerung, ja? Ja, das kann jeder, oder? Herr Palmen? Ja? Ja. Es geht ja... This is... I'm talking about vibration and electricity. Ihr könnt es doch eh, ja? Ich hab doch gesehen, wie ihr euch vorhin untereinander anguckt, statt auf den Dirigenten zu achten. Okay. Fifth dance Brahms, please. Das ist ja auch. You play... You play... What I want is... Bah! I need a whiskey and two boys. Maybe this is my last concert, I'm old, and I want to do it in a radical new interpretation. We do it halftime. Halbe tempo. Halbe tempo. Okay. Again, damit. Gut! Ja, ja! Jetzt ist es schwierig für mich, der Ritardando. Ich weiß nicht, wie ich es tun. Achtung! Stopp! Just a Shelly, please. It's... Three, four, from F. Okay? What's your name? Excuse me? Jonas. Jonas, you're good. You're good? Das kann ich mal sagen. Das wurde neulich bei Herrn Jauch gefragt. Das ist ein Schello und das ist ein F-Loch. Habe ich da recht? Das heißt so. Das wusste wieder die Kandidatin. Ich musste wieder zwei Joker versemmeln. Das ist das. Das haben Sie bei allen Streichinstrumenten. Just a Shelly, please, from where you want. So würde sich das anhören, wenn wir keine Gewerkschaften hätten. Wirklich. Keine Bläser, keine Streicher, keine Geigen, nichts. Oder? Habe ich recht? Seid ihr in der Gewerkschaft? Das ist auch wichtig. Wenn man auf einer Freilichtbühne spielt, da müsst ihr Thermometer dabei haben, damit ihr noch, bevor ihr die Instrumente auspackt, gucken könnt, wie die Temperatur ist. Wenn unter 18 Grad ist, müsst ihr gar nicht anfangen zu spielen. Auf den Freilichtbühnen. Muss aber trotzdem bezahlt werden. Genau wie wenn es regnet. Nach der Pause. Wenn nach der Pause bei Regen nochmal angefangen wird, muss das Geld nicht mehr zurückgegeben werden. I'm tired. So, einmal noch kurz. Ja? Dann reicht es aber auch, oder? Ja. Da kann man sich dran gewöhnen, oder? Ja, allerdings. Das ist einfach fantastisch. Vor allem, wenn das Orchester ist wirklich, ist ja vollkommen scheißegal, was ich hier pinsel, oder? Die spielen das doch runter wie eine Eins. Nochmal bitte, mir gefällt diese Bewegung so, das Aufnehmen. Das ist einfach nicht. Dankeschön, vielen Dank. Habt ihr ganz toll gemacht und vielen Dank fürs Mitmachen.